Geil! Nein, das glaube ich nicht. Hallo, hörst du mich? iPhone. Norwegisch? Bukmol. Das gibt zwei verschiedene, Nürnorsk und Bukmol. Ich habe Bukmol. Whatsapp. Mediabteilung TSG Hoffenheim. Und was hast du geschrieben? Ich bin spät. Anruf. Frau. Sie war fertig mit seinen Terminen zu Hause. Ich war fertig mit meiner Überkörperkraft. Und dann hatten wir uns ein bisschen unterhalten. Und jetzt wollte ich auch hören, wie die Kids geht. Das ist von mir und Axel, mein kleinster Sohn, auf Chalet in Norwegen. Ich habe TikTok eine Woche gehabt, aber das war zu viel Zeit dafür. Und dann habe ich gelöscht. Ich nutze als Social Media nur Instagram. Ich bin so schlecht in Social Media. Ich glaube, ich bin eine Generation zu alt dafür. Aber mehr oder weniger dann Story. Ja, viel radioreception von Norwegen. Facetime.